Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Quick-Tip. Heute soll es mal darum gehen, wie wir einen Schließzylinder, wie wir ihn hier sehen, ganz einfach aus der Tür heraus bekommen. Wir benötigen dazu einen Kreuzschluss-Schraubenzieher. So, als erstes füllen wir unseren Schlüssel, unseren Schließzylinder ein und drehen ihn etwas beiseite. So, soll es sein. Wenn der Schlüssel über jemanden abgebrochen ist, nimmt er seinen anderen Schlüssel, steckt ihn auch von der anderen Seite herein, geht genauso. Als nächstes nehmen wir jetzt hier unseren Kreuzschlitzschraubendreher und drehen diese Schraube hier einfach heraus. Lösen wir jetzt hier. Zack. Und können jetzt diese Schraube hier herausnehmen. Nehmen wir die Schraube heraus, so lang ist sie. Und als nächstes kann man jetzt den Schließzylinder etwas schräg stellen und irgendwann merkt man, dass er heraus geht. Und den Schließzylinder heraus bekommen und so schaut es aus. Und hereingesteckt wird die ganze Geschichte auch wieder so. So den Schlüssel drehen, dass er hier unsere Nase nach unten geht. Hereinschieben das Ganze und als nächstes wieder die Schraube einführen hier oder reinschnappen hier. Jetzt merkt man dann, wo das Loch ist. Und die Schraube wieder festdrehen. Zack. Festziehen und fertig ist unser Schloss Ein- und Ausbau. Und unser Schloss funktioniert wieder. Ihr seht, so schnell kann es gehen. Ja, wenn der Quick-Tipp euch gefallen hat, wie immer ein Like nach oben. Und wenn man noch kein Abonnent meines Kanals ist und gerne werden möchte, drückt jetzt rechts unten auf das Abo-Knöpfchen. Wir sehen uns dann natürlich in einem neuen Folge wieder, wenn es wieder heißt, Jörg erklärt's.